Hallo und herzlich willkommen zu meiner Review von Ant-Man 2, bzw. wie er richtig heißt, Ant-Man and the Wasp. Denn in diesem Teil bekommt Paul Rudd bzw. Ant-Man Hilfe von The Wasp oder auch Evangeline Lilly. Stehe ich direkt vor ihr? Kann natürlich sein. Seht ihr sie jetzt vielleicht ein bisschen besser? Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich muss ein bisschen hier mit der Beleuchtung aufpassen. Also, Ende Juli startet dieser Film und was ist das wohl nach Avengers Infinity War? Eine Woche vorher gibt es ja schon Black Panther im Heimkino. Da könnt ihr euch auch eine Review von mir anschauen, die vor kurzem online gegangen ist. Und ja, was meint ihr? Spielt Ant-Man 2 während Avengers Infinity War oder davor oder eventuell danach? Kann man jetzt nicht so ganz einschätzen, oder? Wir gucken uns das jetzt erstmal an. Also, viel Spaß mit der Review. Gut, ohne großartig jetzt zu spoilern, würde ich den Film leicht vor Avengers Infinity War einreihen. Allein deshalb, wenn er währenddessen spielen würde. Und da es ja quasi ein komplett anderer Film ist, zwar im gleichen Universum, aber mit einer anderen Thematik und anderen Helden, dann würde man doch, wenn etwas nebenher passieren würde, möglicherweise etwas davon mitbekommen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Also, schätze ich mal, es ist ein bisschen davor passiert. Ist ja jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, finde ich, weil ich erzähle ja gar keine Story-Details. Das bleibt auch so. Und ja, da wären wir auch dann jetzt schon bei der Story angelangt. Diese kann natürlich erwartungsgemäß mit Avengers Infinity War nicht mithalten, aber das muss sie ja auch nicht, denn es soll jetzt irgendwie so ein bisschen gemächlich wieder weitergehen mit den Einzelfilmen sozusagen. Wir wissen ja auch jetzt nicht, wer wirklich gestorben ist in Avengers Infinity War Teil 1 sozusagen, denn es gibt ja noch einen zweiten. Und ach, wie man Disney bzw. Marvel kennt, werden alle irgendwie wiederbelebt, die da besiegt worden sind. Keine Ahnung. Die Story hier ist jetzt also nicht ganz so innovativ, wie ich finde. Es geht hier interessanterweise nicht unbedingt um die Rettung der Welt jetzt, aber ja, es ist relativ unterhaltsam, ist aber auch jetzt nichts Großartiges Neues. Es ist recht vorhersehbar, das Ganze. Und ja, Überraschungen bekommt man vielleicht die ein oder andere geboten, aber insgesamt ist es im Gegensatz zu Avengers Infinity War doch sehr seichte Unterhaltung. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, falls ihr meinen Reviews schon mal in der Vergangenheit gefolgt seid, normalerweise seht ihr hier neben mir einen Trailer laufen. Ich habe jetzt hier nur eine Diashow reingepackt, allein deswegen, weil ich war natürlich so blöd und habe mir die Trailer bzw. zwei Trailer, die es bisher gab, im Vorfeld angeguckt. Vielleicht gibt es ja auch schon mehr Trailer, ich weiß es nicht. Zwei habe ich mir angeguckt und die Action-Szenen, die da gezeigt wurden, naja, ich würde mal sagen, das sind 99% der Action-Szenen aus dem fertigen Film. Deswegen wollte ich euch jetzt in der Hinsicht nicht unbedingt spoilern, was das jetzt angeht. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig damit helfen. Wahrscheinlich habt ihr euch den Trailer alle schon angeschaut und dann werdet ihr euch im späteren Film denken, was, warum haben die das denn schon gezeigt und das und das und das. Es gibt vielleicht ein oder zwei andere Szenen, die noch neu sind, aber dadurch wird einem natürlich auch die Überraschung und auch teilweise der Witz genommen. Was die Witze generell angeht, sind diese relativ gut geworden, wie ich finde. Manche natürlich situationsbedingt echt lustig, auch was jetzt so zum Beispiel Ameisen angeht oder auch Michael Pina ist wieder dabei mit seiner richtig krassen Masche sozusagen, wo er dann wie im ersten Teil so ein bisschen was erzählt und alle Leute werden von ihm synchronisiert, so richtig schnell und flott und dass das auch dann alles lustig rüberkommt. Hier übertreibt man es dann zum Glück nicht und wärmt alles wieder quasi eins zu eins auf, wie in Deadpool 2, wie ich finde. Das Witzverhältnis und auch so die aufgewärmten Sachen sind hier definitiv ausgewogener. Beim Bösewicht ist es so, ja, ich weiß nicht, wie ich es jetzt so großartig sagen soll. Marvel hat ja häufig Probleme, was das angeht, aber dieser Fiesling, ich weiß echt nicht, wie ich den jetzt so großartig einschätzen soll, weil irgendwie kommt der hier so rüber wie so ein Bösewicht aus, was weiß ich, Agents of S.H.I.E.L.D. einer Folge davon im Fernsehen oder hier, um jetzt mal auch DCs zu nennen, weil die machen ja wirklich gute Serien, The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, so ähnlich, so ein Fiesling, der halt in einer Folge so vorkommt und danach irgendwie dann wieder weg ist. Das Potenzial wäre bei diesem Bösewicht hier definitiv vorhanden, aber wie gesagt, ja, die werden halt irgendwie alle total verschlissen. Was ebenfalls auch irgendwie immer belangloser beziehungsweise uninteressanter wird, sind die Endcredits-Szenen. Also es gibt in diesem Film zwei Stück. Eine, nachdem so die Schauspielernamen und nochmal der Titel und sowas eingeblendet wurde. Das sind ja vielleicht nur so ein, zwei Minütchen. Da könnt ihr definitiv nochmal sitzen bleiben. Hat auch was mit Avengers zu tun. Die letzte Szene, die ganz, ganz, ganz am Ende kommt, müsst ihr für euch selber entscheiden. Wenn ihr sie sehen wollt, könnt ihr machen, ist aber jetzt storytechnisch nicht wirklich relevant. Was den 3D-Effekt angeht, ja, das ist ja von Kino zu Kino unterschiedlich. Wenn ihr ein IMAX habt, ist der Effekt sicherlich besser, weil man hat ja eine größere Leimwand meistens, zumindest im IMAX-Format. Man hat hier natürlich wieder eine Konvertierung, aber Disney bekommt das immer besser hin. Teilweise auch schon hier bei den Star-Wars-Filmen. Solo habe ich mir jetzt zum Beispiel nicht in 3D angeschaut, sondern in 2D mit so einem super Special Prize. Vielleicht ist das bei Ant-Man and the Wasp auch noch möglich. Aber der 3D-Effekt kann sich in manchen Szenen auf jeden Fall sehen lassen. In anderen Szenen hält er sich mehr zurück, ist aber immer noch, was die Tiefe angeht, zumindest recht gut vertreten. Und, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, bevor wir jetzt zu den positiven und negativen Aspekten kommen, noch die Action-Sequenzen. Ja, ihr solltet euch also diesbezüglich nicht spoilern lassen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Denn wenn nicht, ich meine, okay, auch wenn schon, die Action ist ziemlich cool geworden, wie ich finde. Hier wird natürlich wieder sehr viel mit Schrumpfen und wieder Großmachen gespielt. Es ist teilweise wirklich lustig mit anzusehen. Manche Szenen, die im Trailer sind, sind natürlich auch noch etwas verlängert worden. Aber den Kern sieht man leider schon im Trailer. Trotzdem ist die Action definitiv gut und macht auf jeden Fall Spaß. So, und jetzt kommen wir dann zu den positiven Aspekten von Ant-Man and the Wasp. Da haben wir, wie ich ja gerade schon gesagt habe, gute Action-Sequenzen. Auch wenn man sich zu 99 Prozent, sage ich jetzt mal, durch die Trailer das Spoilern lässt. Leider, muss man dazu sagen. Das wäre sonst noch viel geiler rübergekommen. Wir haben gute Computer-Animationen. Da wird Disney ja immer besser. Und ja, was haben wir noch? Ein gutes, ausgewogenes Witzverhältnis. Man übertreibt es nicht. Einige Sachen sind dann doch schon wieder aufgewärmt worden. Diese aber nicht zu übertrieben. Also da findet man es dann auf jeden Fall wieder lustig. Und ja, der gute konvertierte 3D-Effekt, ja, den muss ich ja auch hervorheben. Denn zumindest in den Anfangstagen, vielleicht sogar in den ersten zwei Wochen, und wenn Ant-Man and the Wasp in den Kino startet, wird es höchstwahrscheinlich nur 3D-Vorstellungen geben. Auf der negativen Seite haben wir, und das finde ich wirklich schade, weil im Gegensatz zu Avengers Infinity War ist die Geschichte hier bei Ant-Man 2 schon sehr seicht. 0815 extrem leicht zu verfolgen, sehr vorhersehbar. Und dadurch auch irgendwie bietet sie kaum Überraschungen. Und es kommt mir quasi so vor, als wäre die so dafür gemacht, für die Smartphone-Generation, wo man mal so guckt, sein Gehirn so ein bisschen ausschaltet, nebenher ein bisschen auf Facebook irgendwie Sachen abcheckt oder so, Instagram, Twitter, was auch immer. Aber das muss doch gar nicht sein. Ich meine, man zahlt den gleichen Preis wie auch für Avengers Infinity War und andere Filme, die dann in 3D laufen, ja, beispielsweise. Da hätte man definitiv mehr herausholen können. Und auch beim Bösewicht, der sich hier leider extrem auf Serienniveau befindet, keine großartige Tiefe. Man weiß jetzt auch nicht wirklich, wie man den so einordnen, einschätzen soll. Er hat definitiv Potenzial, aber das gleiche Problem hatte man ja auch beim Fiesling von Ant-Man 1. Vielleicht waren meine Erwartungen ja auch einfach zu hoch jetzt, nachdem ich Avengers Infinity War gesehen hatte. Aber ich meine, so seicht, beziehungsweise so viele Gänge runterschalten, hätte man auch nicht unbedingt müssen. Er ist definitiv kein schlechter Film. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es einer ist, auch den man sich unbedingt häufiger anschauen müsste, sollte, könnte, was auch immer. Aber 7 von 10 Punkten finde ich dennoch gerechtfertigt für Ant-Man and the Wasp. Aber vielleicht gefällt euch der Film ja besser als mir. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt Ende Juli ganz viel Spaß mit Ant-Man and the Wasp im Kino. Ich weiß, es dauert noch ein bisschen. Ich konnte den Film ja schon gucken. Aber vertreibt euch doch einfach die Zeit zum Beispiel nochmal mit Avengers Infinity War. Lohnt sich auf jeden Fall. Oder holt euch neu Black Panther fürs Heimkino. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ja gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Klickt dazu einfach hier auf 2T, was jetzt erschienen ist und schon seid ihr gratis mit dabei. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.